Hi! In diesem Video zeige ich dir, wie du eine Multi-Step-Orderbox mit deiner Digistar24-ID so verknüpfst, sodass jeder Verkauf über dieses Bestellformular automatisch dir als Affiliate zugerechnet wird. Dazu brauchst du allerdings den Code der Multi-Step-Orderbox, die du verwenden möchtest. Und diesen Code, den kann dir nur der entsprechende Vendor geben. Wenn der Vendor also beispielsweise in seinem Marktplatz-Eintrag, Werbemittelbereich oder auf seiner Affiliate-Support-Seite nicht explizit einen Weg schildert, wie du an den Code der Orderbox gelangst, würde ich dir empfehlen, dem Vendor eine kurze E-Mail zu schreiben. Dort würde ich außerdem noch den Link zu dem Video einfügen, in dem das Ganze für den Vendor noch einmal erklärt wird. Ich habe es dir unter diesem Video im angehefteten Kommentar verlinkt. Allerdings, weil du als Affiliate mit dem Code rein theoretisch auch missbräuchlich vorgehen könntest, kann es natürlich sein, dass ein Vendor, der dich noch nicht so gut kennt, es ablehnt, dir den Code zu teilen. Nimm das aber dann nicht persönlich, sondern als Gelegenheit, dich noch mehr zu beweisen. Hast du allerdings dann den Code erhalten, musst du nun folgendes tun. Hier am Ende des Codes siehst du ja einen Link integriert. Diesem Link musst du nun ein paar Elemente hinzufügen, wobei du unbedingt darauf achten musst, dass du diese Elemente vor diesem Anführungszeichen hier anfügst. Und zwar folgendes musst du anhängen. Zunächst ein UN-Zeichen, dann AFF als Abkürzung für Affiliate, ein IS-Gleich und schließlich deine Digistore24-ID. Wenn du nicht genau weißt, wo du die finden kannst, wirf am besten einen Blick in das Video, das jetzt rechts oben verlinkt ist. Hast du das getan und abgespeichert, wird auch schon in Zukunft jeder Verkauf, der über diese Orderbox getätigt wird, dir als Affiliate zugerechnet werden. Möchtest du noch mehr über die Arbeit als Affiliate bei Digistore24 erfahren, wirf einfach einen Blick in die jetzt eingeblendete Playlist. Tradition zum Beispiel Anführungszeichen Vielen Dank.